und heute mit einer weiteren folge supermarket simulator ja eigentlich wäre heute market tycoon drankommen aber ich habe eine umfrage gestellt ob ihr darauf lust habt oder ob ich das hier machen soll oder was anderes oder mir wurscht also einer war für mir wurscht und die anderen zwei wahrscheinlich für dieses spiel hier aber ich muss ehrlich gestehen das market tycoon das gefällt mir nicht so ich habe hier mal ein ganzes regal voller toilettenpapier gemacht was habe ich hier eigentlich drin hähnchen hähnchen brauche ich das soja ja ja habe ich die woanders jetzt hierhin gemacht warum kann ich nicht hier rein machen jetzt ging es ok komisch da war ja richtig komisch so jetzt darum sind die kartoffeln jetzt hingemacht ja wieso habe ich das denn jetzt hier aber das war ich ich habe es ein bisschen umgestellt hier seht ihr hier habe ich die hähnchen jetzt ach so stepp ok macht nichts also hier kann ich noch einmal kartoffeln rein machen ich habe am montag ordentlich gespielt ich bin jetzt bei level 35 so was ist das hier ich glaube ich habe soße die müsste hier sein aber ist voll die legen wir noch mal die hier auch scharfe soße ja also ich muss mal gucken ob ich dann nach sags nicht ein anderes spiel rausbringen ich habe jetzt gestern neues spiel gekauft sonst auf vorwärts oder wie das heißt in den ersten teil oder habe ich auch so vorwärts heißt es es fehlt denn hier mehr habe ich das noch vielleicht hätte ja da bock drauf so habe ich denn hier jetzt die tabs was sind das hier für eine kacke ich habe sind doch hier habe ich mir jetzt alles durcheinander gebracht hier die schweine ok muss ich mal gerade umstellen hier das geht ja gar nicht hier weil hier war noch mal heißt das rote mehl so hier ist blaue mehl das brauchen wir auch noch mal ja also markt blaues mehl rotes mehl das könnte man denn noch gebrauchen hier dreimal von dem hier 123 oder habe ich das schon drin ich habe ich hier noch da könnte ich auch noch zwei päckchen kaufen zwei packungen pakete perfekt und voll kaufen geht das von dem level dann ab wenn man kauft irgendwie eben gesehen dass da irgendwie der balken oben wegen weg gegangen ist wo habe ich das denn ich glaube hier wo ja das ist ja komplett leer aber hier das spiel finde ich aber auch echt viel besser gemacht als das market tycoon also man kann das andere auch spielen so ist das nicht aber vom aufbau her gefällt mir das hier viel besser ich wollte mir eigentlich auch noch den handscanner hier runterladen die mod also falls ihr darauf bock habt so ist das hier die 12 habe ich da noch irgendwas sieht schlecht aus hier habe ich noch was sagt braucht hier das und da unten das kommt auf und kaufe ich mir auch noch mal eins so haben wir das nächste das haben wir hier könnte ich eigentlich auch zweimal kaufen habe ich eins wo ich zur seite stellen kann und hier zweimal so also hähnchen habe ich jetzt eigentlich hier zweimal habe ich hier noch mal eins und 1 2 3 4 4 mal und kartoffeln habe ich 45 passt eigentlich hier habe ich zweimal die roten gemacht hier habe ich und spagetti gemacht so fehlt noch irgendwas an getränken abfelsaft und spreit apfelsaft und spreit apfelsaft und spreit zack 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 bräuchte noch hier die turco cola turco die andere auch nur sonst fehlt hier erstmal nix also hier die zwölfe eier zwölfer und die achter ups nein sind da jetzt gemacht ich bin dumm ähm so achterpack 1 2 3 ok na habe ich jetzt 2 ok dann noch einmal hier eier 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 wie viel brauche ich denn da oh ok machen wir mal zweimal ey wo sind sie hin ich hatte doch eben hey ah hier 1 2 so milch einmal dann das hier einmal oh ah he he holen wollte ich es jetzt nicht oder habe ich hier hinten noch irgendwas ich habe aber immer noch ein bisschen vorrat hier zack ok aber ich hole trotzdem nochmal eins äh die normale milch machen wir sie dann da kommen wir mal zweimal zweimal was bräuchten wir denn noch hier oh 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 hier das das ist große sushi 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 äh ich muss auf das etikett hier gucken kommen wir mal zweimal jetzt kann ich noch eins bestellen da oben das was müsste das hier sein schon wieder 10 oh jetzt ist draußen wahrscheinlich alles voll jo so eier vielleicht tue ich die mod runterladen für am samstag falls ich am samstag hier das streamer ich denke aber gucken ich werde mal schauen okay die ist jetzt voll das mal hier hin zack am ersten april kam ja noch ein update hier auch nur fix updates also irgendwas mit den also jetzt habe ich ja da hinten irgendwie als reserve gehabt kriege ich das jetzt noch hier hinten rein jo zack also zum beispiel die kunden an der schlange dass die nicht an einer nur rumstehen dass sie auch an andere gehen wenn irgendwas frei ist zum beispiel dann hier die typen hier da ist auch irgendwas gefixt worden äh ist es das hier ja äh oh fast bier ich muss gleich mal gucken irgendwo waren die chips oder ich habe keine mehr das kann auch sein könnte auch sein so das ist glaube ich hier oben ich schaue immer dass das dass die regale immer ziemlich voll sind oh nein nein so hier war das rote mehl dran ach wo habe ich denn das rote mehl nein das ist es nicht das ist es nicht gewesen aber das spiel wird so gefeiert obwohl das so simpel gemacht worden ist also ich finde es ja auch geil also ich bin mal gespannt wenn der entwickler hier äh noch mehrere features sagt man das noch features keine ahnung irgendwie so sagt man es doch äh noch einbaut hier dann wäre das richtig cool das sollte ja eigentlich der handscanner sowieso kommen deswegen ich ich wollte eigentlich warten mal gucken vor allem man könnte doch wenn wir jetzt zum beispiel von den eier hier zwei drei äh pakete hat könnte man sie doch theoretisch auf einmal holen das wäre cool hat paletto auch gesagt also paluten er hatte die gleiche idee wie ich aber naja das spiel ist ja noch am anfang ist immer noch early access ok haben wir schon zack das rote mehl so jetzt habe ich endlich wieder hier drin ich spreite ach das leer ja ja achso der hat es vorhin auffüllten deswegen ach kacke muss halt hier hin so Apfelsoft Appelsäfte so das haben wir denn hier noch alles so das grüne Öl so das hier das war alles voll aber ja so wir stapeln das schön hoch das nächste ah die Turco Cola ok das ist aber wirklich leer gewesen dann haben wir hier nochmal ich glaube das ist große Sushi das hier müsste es kleine sein oder was das ist hier kommt hier hoch also wenn man weiß wo die ganzen Sachen stehen geht das eigentlich ziemlich schnell es würde aber noch schneller gehen wenn man mehrere Pakete auf einmal holen könnte und nicht bei jedem Paket hier raus rennen muss so dann haben wir wieder Vorrat Vorrat könnte man aber auch gerne Spielvorschläge machen also jetzt habe ich erst mal eins gekauft aber falls ihr irgendwie ich habe ja noch Spiele ich könnte auch Need for Speed Underground da hatte ich auch mal eine Idee das zu bringen so also ich brauche doch nochmal das rote Mehl doch zweimal holen nochmal so 1,2 jetzt hätten wir dann noch was wir brauchen da oben habe ich wie viel noch 34 das reicht noch Käse ich glaube da passt noch zweimal hin 1,2 so was hatten wir denn hier 8er Wodka weiß ich kann immer passen da 2 rein probieren ich weiß es nicht mehr so da unten 6,6 ok hier passt gleich noch einer rein gucken wir mal das müsste das hier sein gucken wir noch gerade mit dem anderen Bier da habe ich noch 41 ok vielleicht zweimal Pommes noch zweimal Pommes so hier immer Vorrat 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 so was fehlt denn hier noch so Kaffee sieht gut aus hier habe ich noch 80 hier habe ich noch 21 passen da noch welche hin zwei Stück zwei Stück ja toll ich kann nur noch eins bestellen kaufen nochmal eins rein hier ich brauche bestimmt noch Kram aber hier sieht es gut aus sieht es ja mit dem Kaffee hier unten das sehe ich jetzt gar nicht mehr ob da einer fehlt oder nicht aber es sieht aus als mit einer fehlen komm da holen wir den mal noch einmal Kaffee der schwarze hier so hier sieht es eigentlich voll aus eigentlich könnte ich das andere Bier ja hier zu dem Bier machen wartet mal ich hatte ja vorher da was anderes gehabt hier deswegen habe ich aber umgestellt also kann ich hier das Bier zum Bier machen so hier sind die Chips für Kaffee so also hier das ist wieder leer hm habe ich auf die Liste gemacht tipp hier sieht es auch gut aus hier von dem könnte ich noch einmal bestellen mal kurz gucken wo das ist äh da der Rest ist eigentlich alles voll hier Chips vielleicht noch einmal hier hier zack für Kev auf Vorrat bestellen so der Rest habe ich eigentlich alles bestelle ich das noch tu es rein und dann in der Zeit tue ich hier mal starten So warte noch ich habe doch irgendwas gesehen dass sie irgendwie mit dem Preisen so wartet mal ерт ganz hoch so hier die Wasserflaschen ich habe auch ein bisschen einen gestellte hier die hier sind das 2,50 mach hier 2,70 ups wollte ich jetzt nicht gucken ob noch irgendwie was hab ich jetzt gar nicht so oft ich hab das mit dem Wasser nur gesehen so oh hier die Süßigkeiten sind hochgegangen da 5,60 5,80 so hier hab ich jetzt die ganzen also ich hab hier ausgebaut erst mal hier das hier war hier eine Wand noch bis dahin und jetzt ist alles offen hier hier hab ich jetzt die Hähnchen hier hab ich Eis Pizza Pommes Pizza eigentlich wollte ich hier die Eishauten noch rausholen und hier noch Pizza reinmachen ich muss nachher mal gucken ob ich das hinkriege ja so warte mal ich wollte noch gucken ob ich noch irgendwas Süßigkeiten waren wir haben wir noch irgendwo was grüner Tee grüner Tee warum mache ich eigentlich grüner Tee nicht so Tee ich muss das nochmal richtig sortieren irgendwie wo habe ich denn den jetzt hier glaube ich ja 27 mal hier 47 so gucken wir noch einmal also grüner Tee warum wir jetzt grüner Tee so wer trinkt von euch grüner Tee ich trinke wenn ich Tee trinke nur wenn ich krank bin sonst bin ich kein Tee trinke so es sieht aber gut aus ok räume ich jetzt mal alles ein hier so Chips so hier haben wir Feuer war es auch hier richtig eng jetzt habe ich hier wenigstens ein bisschen Platz das kommt hier unten hin so das rote Mehl dahin haben wir hier Kaffee da rappelt die Kasse sind jetzt bei 2,4 ich hatte auch mal ich glaube knapp 9.000 Dollar es gibt sogar eine Mod die kann die Euros anzeigen äh ah hier das ist cool aber 1 Euro Dollar gibt es äh 1 Euro Schein gibt es ja leider nicht da haben sie den Hunde da als 1 Euro gemacht was mache ich denn hier sehr komisch muss gleich schon wieder Mehl kaufen so Pommes zeig nochmal oh die feinen Herren da eben vorbeigelaufen Kaffee Kaffee Ole Kaffee Ole und müsste jetzt wieder voll sein was haben wir hier Flaschenbier Flaschenbier ist das hier Flaschenbier darf nie ausgehen fast auch nicht yeah Bier äh da hin so Wodka für die Russen hier weiß gar nicht ob ich russische Zuschauer habe Deutsch-Russen so okay das hier fehlt irgendwie noch was war das ist das ist doch nicht das Flaschenbier wartet mal ach das ist das hier äh okay ich glaube rotes Mehl ich schon wieder äh hole ich mal nochmal eins rotes Mehl warum heißt denn der okay okay so hier sieht es schon mal recht gut aus wie viel habe ich denn hier unten noch 64 54 ähm 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 Toilettenpapier könnte ich nochmal kaufen Toilettenpapier da hole ich mal 1,2,3,4 ich gehe mal gerade das Licht anmachen ich habe auch noch eine dritte Kasse aber die steht draußen so wie sieht es denn eigentlich mit dem Reis aus wo ist denn der Reis der ist voll okay der füllt gerade auf äh hm was bräuchte ich denn hier noch hier fehlen die Hähnchen okay dann mache ich die mal wo ich ja hier hin gemacht habe hier hin damit das hier wieder frei ist so hat das hier wieder weg so jetzt habe ich es wieder richtig fehlt hier irgendwie noch Licht ne oder da hinten fehlt noch ein bisschen Licht wartet mal kann ich das hier bisschen hier rüber irgendwie ein bisschen komisch was ich hier gemacht habe äh so die vielleicht warte ey bisschen mehr noch da äh das vielleicht hier hin das hier so hier habe ich ja Licht okay sieht schon besser aus aber immer noch ein bisschen duster hier so scharfe Soße kann ich hier wieder was einfüllen ne Kartoffeln ist bestimmt auch noch voll oh hier wie viel passen da rein zwei okay zweimal diese Dinge hier eins eins brauche ich noch damit alles voll ist hole ich einmal Handseife ganz einfach zack wie sieht es hier aus komme ich hole mal meine Kasse helft dir mal ein bisschen so ne ne andersrum so perfekt so vielen Dank oh was hat die vor Alkoholikerin direkt mal drei Fässer hier gekauft oh 102 Dollar oh die ist aber auch gut dabei hier zwei Fässer eine Güte na äh 100 ups 149 40 ei ei was sind das hier nochmal Krabbensticks oder was sind das mit Karte natürlich 30 so so da sind sie wieder die die was will der sechse und achten oh sechse und achten dollar noch zurück perfekt so hier fehlt wasser sich so hier Wodka Wodka so es kommt ja noch ein Bier das tue ich dann hier hin hier fehlt irgendwas hier fehlt irgendwas warum hab ich denn das wartet mal ach ne ich kann das warum kann man das nicht von Hand hier hin machen das ist so blöd gemacht ne ok packen wir die wieder ein äh c so äh ich stelle mir die wieder hier draußen hin so sieht noch alles gut aus hier hier unten fehlt irgendwas was ist denn das das kleine sushi oder irgendwas das ist große ich kann es nicht erkennen manche Bilder sind so klein gemacht und dann das noch ganz hier unten ist ach ne das ist ja das hier gell okay ist voll ach da habe ich gar nichts drin ach ach ich will hallo hier ist aber auch dunkel sehe ich gerade mal kann ich mir hier irgendwo eine lampe klauen das ist wenn ich die hier klaue mhm kenne ich mit einer lampe klauen was mit der hier so wo war es denn jetzt war es hier na na ich glaube nicht ne doch doch hier äh na na ja wieso ist denn das hier so dunkel na ja okay so beenden wir den Tag 53 kunden also 57 kunden zu teuer 4 mal einkommen 4.106 bestellkosten dadurch 2208 du scheiße profit hatten wir fast 1900 so milch und bierlager bierlager also bierse hier nicht nur gucken welches das ist ich glaube das ist verkehrte glaube ich hier 340 360 holski und das andere war ich kann nicht mal zwei sachen merken so was war das jetzt hier habe ich so dass hier runter gegangen das andere war jetzt sehe ich das bestimmt komm schon wo bist du ich hab sie übersehen es waren doch zwei sachen ja wo ist es denn so herrnchen ich sehe es nicht ich sehe hier echt nix ich sehe nur hier bier sonst sehe ich nirgendwo im pfeil weder grün noch rot es waren doch zwei sachen das habe ich gesehen mit haben wir es doch wo habe ich die eigentlich hier 2 76 3 dollar so gehen wir mal die bestellung abschließen also eins fehlt noch wann könnte ich dann noch bestellen hier dem hier das ist ganz unten glaube ich das hier kaufen ich muss ich muss ich muss ich muss rechnung bezahlen okay sorry jedes mal 100 dollar oh hier habe ich nur noch eins 3000 dollar fast hier ist noch nix kommt bald ich könnte den dritten auffüller holen hier brauche ich noch ein bisschen wachstum mehr hier brauche ich 6700 was für 11.000 16.000 für alle lizenzen 35 oder warte ich noch ein bisschen die war erstmal die ware holen war so mal noch mal hier habe ich das bier klopapier ist immer noch so begehrt hier klopapier könnte fast corona sein hier in dem spiel noch mal toiletten papier ich glaube eins oder zwei habe ich noch so auf vorrat gekauft aber ich sehe gerade hier ist schon wieder leer da kann es kaufen bis zu doll bist und die kaufen es trotzdem weg so da rein noch ein pack zödele nächstes bestellung muss ich auch gleich wieder abschließen eigentlich bist du nur am bestellen und ins lager bringen bei dem anderen spiel ja kannst du auch kaufen aber ihr habt ja gesehen die wo das spiel mal geguckt haben bei mir äh ne die fühlt dann jedes mal alles einzeln ein und ach komm so schaue ich hab gesehen von meister poppa holen wir mal zwei hier unten ist schon wieder bier fast bier fast bier zack was das hier ich habe das kann man ja eigentlich gut erkennen das ist hier das manche sachen sind aber auch wirklich teuer hier kriege ich hier noch eins rein was ist denn das überhaupt aus wie lasagne aber ist es wahrscheinlich nicht könnte das hier sein da hinten war noch was leer äh bleischmittel bleischmittel so einmal davon äh da hab ich ja noch hier äh nein Kartoffeln brauchst du Kartoffeln ist alles voll guck ich vorher haben sie doch alles leer gekauft jetzt will keiner mehr hier Kartoffeln kaufen das hier wollte ich eigentlich so seitdem ich ja das doppelt gemacht hab ist das einwandfrei sieht eigentlich mit dem Brot aus auch noch alles okay könnte ich ja eigentlich direkt starten oder direkt in den nächsten Tag hier Geld Kohle verdienen So der Levelaufsteg ach was hab ich denn da gemacht ich sehe es grad nääh ich bestelle noch zwei Schmunk is okay wartet da das alles voll noch hier perfekt hier habe ich noch drei auch hier ist was so dass so so und das andere source ok wie viel habe ich nie drin das passt sogar so einmal zweimal das und das andere zweimal da perfekt kaufen zack also auf meinem laptop wenn ich das spiele sobald ich das licht aber da ruckelt das wie eine sau ich kein licht aber dann geht es flüssig da rein so 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 da rein so wird bereits längere folge merke ich grad so meister popper was mal hier ach die so komisch sieht aus wie lasagne ich weiß aber nicht hier steht nichts drauf was ist denn das musaka ach so das irgendwas spanisches oder was ist das ich kenne das nur vom namen her aber gegessen habe ich noch nie okay hier ist alles voll kurz hierhin so scheint noch alles hier ein ohr saft diese cola und das normale wasser einmal das hier dann die eine cola hier war sie denn da ein ohr saft so das soll ja glaube ich noch bei den anderen lizenzen ist doch glaube ich noch zucker ich glaube da hätte mir vier mal zucker das ist hier oben und noch mal da gucken wir mal gerade wie es hier aussieht okay ist noch alles in ordnung schon wieder fast bier leer direkt kaufen hier darf nicht leer gehen machen wir zweimal sieht es denn hier aus hier könnte man noch mal was denn das hier ketchup oder ist das ja normales ketchup habe ich glaube ich nix mehr nup na 1 2 3 äh wie sieht es mit der pizza hier aus habe ich noch 42 da ist ich wieder fast leer oder was hier könnte ich auch wieder bestellen okay die räumen wir hier die bude aus äh da mal zweimal zack da verdient man geld und dann ist es direkt wieder weg zack das nächste aber das haben wir dann auf vorrat ab in die ecke mit dir das für mich privat ich hier nichts mehr aushalte als auffüller und besteller das hoffe ich mich auch hier diese cola hier da rein da rein na laufen die mir im weg herum so wie sieht es denn hier drin aus eigentlich ganz ok ganz ok so das haben wir hier ist auch noch sau teuer diese sushi hier passt glaube ich nicht mal rein ne vor allem ich stelle das jetzt hier schön ab und normalerweise ist das ja nicht mal gekühlt hier kriegt ihr das hier auf die reihe ja zwei hier so so kitsch ab zack nochmal zack oh und nochmal so das ist eigentlich alles ok aus hier toilettenpapier hatte ich doch nichts mehr achso ja also dreimal toilettenpapier dreimal dreimal so wo haben wir es denn eins zwei drei da fehlt noch irgendwas fehlt noch irgendwas hier sieht es ok aus so hier fehlt kartoffeln so hier fehlt kartoffeln ups ok machen wir kartoffeln nochmal auf die liste eins zwei hähnchen wie sieht es mit hähnchen aus hier habe ich noch einen karton ok ok könnte ich gerade mal hier rein machen und direkt wieder bestellen äh und mal zwei mal wir mal gucken was die hier machen oh 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 hier ist voll so so Leute ich baue schon auf hier dann könnt ihr kommen kommen sie rein können sie rausschauen oh jeje ich kaufte hier das sushi ohne ende und das gibt hier was 148 dollar 148 40 so den tag beenden wir jetzt noch äh ach ich wollte ja mal mit der tastatur eingeben so 80 89 und zack vielen dank ach das ab abkassieren das fehlt mir manchmal ich bin ja fast nur noch am einkaufen und jetzt gebe ich das mit der maus ein ich bin ja auch so doll ah butter für die mutter ein haufen eier was haben sie denn heute vor 1 30 ups nein 1 das dass die 5 cent stücke mal weg kommen hier ne zack ja 93 3 oh habe ich oh oh ich glaube da habe ich 10 cent vergessen oder wir werden es gleich sehen ich bescheiße meine kunden aber ich weiß es nicht mehr ich habe es so schnell auf die leertasse gedrückt 10 cent so perfekt also ich muss erst mal hier raus so einpacken wieder und raus mit dem so so ich wollte ich würde ja am liebsten mal hier ein bisschen sortieren also äh hier die ganzen ja gut die sind ja eigentlich sortiert hier da unten sind die chips kev äh zum beispiel die beiden susus hier in einer reihe also hier oder hier ein ganzes fach keine ahnung würde ich am liebsten machen alles so voll mit dem genauso auch hier ich habe hier nur vier mal toilettenpapier so kollegos seid ihr fertig ich tue jetzt den tag beenden jawohl und auf geht's zu wenig doch ich habe es doch richtig ausgeben zu teuer 58 kunden hatte ich insgesamt das ist doch schon mal gut eingenommen haben wir 4.268 du scheiße bestellkosten hatten wir 2029 miete 380 ja gut ich habe drei vier mal nicht bezahlt rechnungen 542 insgesamt profit haben wir 2230 ja da würde ich sagen was ist mit dieser folge ist jetzt wieder viel zu lang da würde ich sagen haut rein bis zum nächsten mal und wartet kriege ich das hier noch rein und auf wiedersehen